Wir haben noch eine kleine Einladung auszusprechen und zwar für diejenigen, die jetzt schon bei großen Kino waren im September und nicht nochmal wiederkommen wollen, machen wir eine kleine Party und zwar im November, am 9. November in der Ballsport-Arena machen wir die große Feierwürz-Nacht. Wir laden uns ein paar Leute ein, es wird eine richtig große Party. Der Vorverkauf läuft auch schon. Also wenn ihr dabei sein wollt, große Feierwürz-Nacht, unser Special dieses Jahr in der Ballsport-Arena am 19. November. Merkt euch das, oder wir schreiben euch das nachher mit Eddie auf den Armen. Könnt ihr das nachzätowieren lassen. Komm, wir machen es gleich. Unter dem geht es nicht raus. 19.11. Guido, das ist doch dein Telefonum. Das wäre die 0815. 19.11. Gut merken, wir haben auch von uns eine persönliche Widmung, wir treffen uns nachher da drüben noch. Nachdem wir alle unsere CDs gekauft haben, machen wir noch ein kleines Gesprächsründchen. Also Freunde, wie sieht's aus? Wir haben heute auch viele, viele, ja, wir sind Schulklassen da gehabt. Deswegen möchten wir uns heute auch im Zuge des Bildungsauftrags, gerade im Rolltisch mit Schwedman, und spielen jetzt den Song mit einem Alles Los King 1954. Meine Damen und Herren, die Damen und Herren, die Damen und Herren, die liebe Zielgruppe hier in der Komödie. Musik von Bill Haley und seinen Comets. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020